Guten Tag, meine lieben Abonnenten! Jetzt willkommen zu diesem super Ankündigungsvideo, in dem ich mich einfach mal bei euch bedanken möchte! Nein, nicht ihr bei mir, weil ich so super tolle Let's Plays mache, was ja anscheinend wirklich stimmen muss, wenn sich so viele Leute meine Videos angucken. Nein, ich möchte offiziell euch dafür danken, dass ich 100 Abonnenten geknackt habe! Yay! Und dann habe ich ja schon fast so beruhigt wie gerunk! Nein, ähm... Naja, jedenfalls wollte ich hiermit auch gleich ankündigen, dass ich natürlich ein Special dazu machen werde. Ich bin mir relativ sicher, was habe ich in Crash Day auch schon drüber gesprochen. Aber ich habe mir gedacht, dann vielleicht nicht alle Crash Day gucken, dann mache ich nochmal ein separates Ankündigungsvideo. Also dies ist das offizielle Video, unter dem ihr mir schreiben könnt, was ihr von mir sehen wollt in einem Special oder in weiteren Projekten. Bitte macht das auch, weil sonst kann ich nicht auf euch eingehen. Und nicht mit Liken verbuchen und teilen! Das brauche ich nicht. Ihr müsst einfach nur sagen, was ich machen soll. Für euch! Was wäre euch am liebsten als nächstes? Sagt mir das einfach! So, ähm, unten in den Kommentaren, ist klar, ne? Ähm, zu Anlass dieses Tages sage ich auch mal, wer mir eine private Nachricht schreibt über YouTube, der kriegt vielleicht, wenn er Glück hat und mir sympathisch ist, meine Steam-ID oder meine Skype-ID oder andere IDs von mir. Jaja, jedenfalls, vielleicht kann man ja mal ein bisschen sprechen, ne? Also über meine Sachen, die ich so mache und wie gut ihr die findet. Und ttttttttttt, schöne Musik im Hintergrund. Naja. Ähm, ja, das war eigentlich so ziemlich schon alles, worüber ich reden wollte. Ach ne, noch eine Frage. Ähm, wer von euch, also meinen Abonnenten, hat irgendwie so ein bisschen Ahnung von Grafikdesign, weil irgendwie so Thumbnails und Hintergrundgrafiken für Kanal und sowas alles, naja, bin ich nicht so gut, ne? Kann man vielleicht sehen. Oder, ja, okay, schaut einfach auf mein neues Profilbild, das ist das so, was ich hinkriege. Paint. Hm. Naja. Äh, wer, das, der kann sich auf jeden Fall mal melden. Der kriegt sowieso alles, was er braucht, weil, ne? Dann kriegt er so mega VIP-Premium-Member-Status, sag ich dir. Okay, ne? Und man sieht sich dann in anderen Videos oder so. Oder vielleicht auch nicht. Aber, doch, ich denke mal schon, ihr seid ja meine Abonnenten, ne? Also, ich hab alles gesagt. Sagt mir, was ihr sehen wollt. Sagt mir, was ihr noch sehen wollt. Sagt mir, wer von euch Ahnung von Sachen hat. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich in einem neuen Let's Play. In einem alten Let's Play. Oder auf einem ganz anderen Kanal. Den verlinke ich euch in der Beschreibung. Gemeinschaftsprojekte und so. Naja. Dazu mach ich irgendwann auch nochmal eine Ankündigung. Aber ich kann sie ja... Ich kann es eigentlich hier mit dranhängen. Ja, mach ich. Also, ich hab mich mit zwei anderen, also LinkXness und PZ, hab ich mich zusammengesetzt. Und wir haben uns so gedacht, ey, das wär doch voll lustig, wenn wir mal irgendwas zusammen spielen. Okay, dann haben wir angefangen, irgendwas zusammen zu spielen. Und dann haben wir uns gedacht, ey, das wär doch voll lustig, wenn wir das einfach nur für uns aufnehmen und irgendwo hochladen. Und da wir es einfach hochgeladen haben, könnt ihr es euch ja auch angucken. Vielleicht findet ihr es ja gut. Und jetzt ist die Musik vorbei. Und ich verlinke euch den Kanal in der Beschreibung. Also, bis dann. Auch vielleicht im anderen Kanal. Und, na, tschüss. Tschüss. Weil Musik jetzt drei vorbei.